Ich hab ein By-the-Way. Was hast du? Sind die Swiss oder von gestern? Kann ich dir nicht sagen. Ich hab die heute beim Dinner. Ich hab die erst gesehen. Halt nochmal drauf, ich geb dir gleich das By-the-Way. Dann wird besser. Danke. Sexy hier so. Ich wollte immer schon hier in Unterhaus rumlaufen. Ja. Weißt du, wie es geht? Nee. Was soll ich damit machen? Knacken. Das tötet das Gift ab. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Mach's einfach mal. Das ist nicht so schlimm. Draufhalten und drücken. Komm. Hast du das schon mal gemacht? Bombe. Das ist echt gut. Draufhalten und drücken. Das war ein anderer Blick, den er mir zugeworfen hatte. Ein eiskalter Blick. Und der kam aus heiterem Himmel. Halt, stopp! Habt ihr schon den Kanal abonniert? Dann klickt hier. Und zu allen Videos auf YouTube hier. Ich hab's mit dir in refracten. Ich hab's mit da. Und dann dort wieder. Ich bin drauf. Ich hab's mit dir in schnitzel. Ich hab mit dir viel "-ig". Ich hab's mit dir.